Hallo YouTube, mitzeichnende Petitionen 88.260, Strahlenschutz, Verfahrensaussetzung zur Vergabe von 5G-Funklizenzen, keine Einführung des 5G-Mobilfunkstandards ohne Unbedenklichkeitsnachweis vom 05.12.2018. Der Mitzeichnungsverlauf ist jetzt soweit, ich drücke nochmal F5, dann sind wir bei 50.630, eben waren es ein bisschen mehr. Quorum ist nicht erreicht, komischerweise, obwohl das ab 50.000 eigentlich erreicht sein müsste. Wie es hier steht, wurde irgendwie auf der Webseite nicht verknüpft, kann man jetzt nicht verstehen, wie man sowas nicht programmieren kann. Da muss man schon ganz schön dämlich sein, aber naja. Wenn man da jetzt mal ein bisschen F5 drückt, wird es mal mehr und mal weniger und mal bleibt es ein bisschen gleich. Dann tut es wieder Sprünge und dann tut es wieder Sprünge zurück. Und vor und zurück, wie es gerade lustig ist, ich meine es ist jetzt über 50.000, von daher wird es da wohl auch anscheinend bei bleiben. Aber so richtig konsistent ist das hier nicht, könnte man auf der Webseite mal ein bisschen Bugfaxing betreiben, weil so ist es eher ein Aufreger und wirkt nicht besonders seriös, diese Webseite dadurch jetzt. Kann man besser machen, wenn man will. Wenn nicht, dann einfach Geld rausgeben, passt schon. Ist ja nicht euers. Okay. Das mal dazu. Augen offen halten. Und einen schönen Abend noch mit diesen schwankenden Zahlen. Es ist der wahre Pracht. Also in diesem Sinne. Tschüssi. 0172 A. �ih 0172 3173 A. 418 Schade.